Die Vorarlberg-Liga startet in die Rückrunde und Waffi präsentiert Ihnen das Spiel zwischen dem FC Alberschwende und dem FC Wohlfurt. Beide Mannschaften sind in der Hinterrunde hinter ihren Erwartungen geblieben und wollen jetzt an die Tabellenspitze anknüpfen. Los geht's Waffi! Tedenz gleich Richtung Alberschwende. Oh, das ist eine schnelle Entscheidung Richtung Heimmannschaft! Untertitelung des ZDF für funk, 2017